Moin Leute, weiter geht's, Call of Duty, Cold War, erster Kill, und ich bin tot. Muss ich mal was leiser machen hier, das ist etwas zu laut. So, ich hoffe, Mikro ist was besser, ich habe jetzt ein bisschen umgebaut, steht jetzt näher dran. Ein Kill, zweiter Kill, oh ich mag die Karte. Wir verlieren den Vorteil. Wir liegen in Führung. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Bedrohung beseitigt. Oh. Setze Fernlenkladung ein. Wo seid ihr besagt? Wo seid ihr? Kaboom. Werft den Fassersatz. Feindliches Spionageflugzeug im Einsatzgebiet entdeckt. Überleuert. mehrere feindliche geschütze aktiv feuer einstellen verbündetes ziel ganz toll was ist denn los jetzt es 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 Feindliches Geschirr. Werfen die Anhand. Feindlicher Kampfhubschrauber im Anflug. Feindlicher Marschflugkörperstart registriert. Bestätigt. Wo kommt der denn her? War aber nicht meine, oder? Oh, da bin ich Matsch. Nice, nice, nice. Nice. Neutralisiert. Dooh. Feindliche Vorräte unterwegs. Wer war das? Was? Das scheiß Geschütz wieder. Ganz großes Kino hier. Da glaub ich ja kaum noch. Ganz großes Kino hier. Ah, Niederlage. Oh mein Gott. Sie sind zu stark für uns. Kommando, holt uns hier verdammt nochmal raus. Feind dort. So, wie viel Kills hab ich jetzt? Ja, du bist der Beste. Level Up. Oh, ein Sturmgewehr. 1,25, 15 Kills, 12 Tote. Naja. Besser wie vorher. Mal sehen Sie, der Beste. Vögel. Ah. Ah. Vielen Dank.